hallo leute und willkommen zurück zu let's play skyblock so meine letzte aufnahme ist ein bisschen her ich glaube ist schon fast eine ganze woche so aber wir haben das letzte mal eine schöne baumfarm gebaut haben auch schon angefangen den bau denn der baumfarm auszulegen und sonst gibt es eigentlich nichts großartig neues außer dass ich ein kleines problem habe was die minecraft videos auf youtube angeht und zwar ich nehme sie in 180p auf rendere sie in 180p aber auf youtube kommen sie dann auf 120p auf 240p bis 720p also keine ahnung was da abgeht weil um ja platz und halt hochladezeit zu sparen konvertiere ich die videos auch und daran liegt auf jeden fall mal nicht weil die unkonvertierten videos dauern halt einfach nur länger und haben genau das gleiche problem aber das ist halt nur bei den minecraft videos so bei lead of legends ist es nicht so und das ist halt das was ich eigentlich so gar nicht verstehe finde ich halt ein bisschen doof aber nun ja so viele die passieren halt mal ich bin halt dabei alles zu versuchen um das zu fixen weil ehrlich gesagt wer will minecraft schon in 240p oder sagen wir mal 360p sehen wenn er auch full hd sehen kann es ist alles so schön und ihr seht das wahrscheinlich gar nicht weil ich muss echt gucken woran das liegt so und wenn diese folge skyblog rauskommt das ist nämlich dienstag wir haben jetzt sonntag heute startet wieder ein neues mmolp projekt das auch dann nächste woche rauskommt also sagen wir mal diese woche und ja wieder mal gewollt schick also was heißt wieder mal das letzte mal konnte ich sein nicht aufnehmen weil es halt ein paar probleme mit team speak gab ja ich hoffe ich werde ich diesmal werde ich auf jeden fall dann test lauf machen und es sollte dann funktionieren dann geht es mal ab mit der wandel der wort ist bei einem dördelser so und diesmal uns noch ganz kurz so wir haben neid und ich hab ein schwarzer scape und ich hab nebenbei neuen skin der fand ich ziemlich geil dass er versuch schön schwarzer so ein rote augen das sieht einfach noch geil aus weil ich liebe es so geheimnisvoll gedöhnt ist es zu so und ja das mit dem voten habe ich mir überlegt komm sollen wir das mal lassen und sollen unser zeug nur durch mob arena verdienen ja weil ich bin mir da ich noch nicht so ganz sicher wie ich das dann machen soll weil wenn ich das jetzt so sehe könnten wir ja mal theoretisch mal ne runde mob arena spielen gehen übernommen dass wir uns noch mal ihm gut um 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 da muss er sind abdrucken also schlecht er mal jotz im kopf guckte so läuft bereits besser was später noch mal um 1 schick so wie es jetzt aus also war man panzer panzer oder kriege schön oder die ja also er mag kriege bei der match dealen ist alles oder das panzer was kann der der ja kommen neben den hat da strange schulder geht ab so ist nicht genug spiele sind um ans das land immer Feuere ... geile 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 warte wie n da geile 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 Pro Leila in der Welt ich will auch mal Dings Blitz ich habe gehört das ist so automatisch in und schocken M.A.L. dann halt das gut Prozent Boss Stimmt irgendwo einer drin Boss nicht dann vielleicht Pilz Land so so was haben wir noch Pilz Land hoch scrollen die Terrarina die Terrarina die Terrarina guckt wie die guckt so Schulz doch das bieten mit Kriege die ist jemand M.A.G. hof zu je hallo mein Freund Welcome to you zu beherrn mach ich nachher verbucht verbogen verbucht ich habe auch noch vergeben ich das sieht man es eben noch stehen das hat sowas farbenfuß muss noch lieben das was zu zubauern Lager Wurst Prozent als bereich markiert wenn das Spiel star Krebs wo kommen die mobs keine ahnung die kommen aus irgendwelchen ecken ich weiß es wo ist der typ typi wer are you oh mein gott oh mein gott du hässliches stier wo ein spinnen noch was hallo mein freund es haut mich hin so Kripto e Wurst explodiert z er hat sich an die Stiftung Stiftmannmann ähm, Skeleton Zombie-Zombie Zombie-Zombie-Zombie-Skeleton Stirb Ey, Leck, ja Blablabla Wieso brauche ich drei Hits? Das geht immer gar nicht Ach, ein Pinkschwein-Zombie Oh mein Gott Oh, 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 oh Nee Ah, Drecksack Na Ah Ist da nicht Grit Ah, soll ich Ja, leider Was habe ich jetzt bekommen? Gar nichts Dreck Ist das? Egal Machen wir mal hier weiter Ähm Ja Da fangen wir mal kurz kurz Kobels Stuhl Ne Aber ich denke mal, dass wir Mehr oder weniger gezwungen sind Wenn wir nicht anfangen, Koppel zu verkaufen Zu voten, um an Erde zu kommen Oder halt anderes Zeug Weil das schaut nicht so gut, ne Nee Weil wir brauchen ja schon für die Farm Also wir werden dann am Schluss Hier diese Insel wird voll mit Erde sein Halt ohne diese Farm Dann werden wir eine Farm-Insel haben Und dann werden wir noch eine Tier-Spawn-Insel haben Wenn wir das machen Aber ich denke mal schon Ähm Oder ich denke mal Das wir Nur für ein Teil der Tier-Spawn-Insel Oder für Der Tier-Insel Ähm Gras brauchen halt nur wegen den Schafen Und Also ich denke mal Wir Müssen wahrscheinlich doch voten gehen Um halt An vieles Zeug zu kommen Wie halt zum Beispiel Tiere oder so Ich bin mir nicht sicher, ob die halt hier spawnen Ob das vielleicht ausgeschaltet ist I don't know Hake gleich kaputt So Ich hab schon wieder keine Ahnung Wie eigentlich aufnehmen Aber So wie es aussieht Das Lied ist noch nicht rum Das geht 16 Minuten Wenn das Lied rum ist Hab ich ca. 16 Minuten aufgenommen Das weiß ich genau Die Hake ist kaputt Das Leben ist zerstört Oh leider Ah Ah Ich mach mal kurz nen Cut Ich muss grad was auf Skype schreiben Bis gleich So Da sind wir wieder Ich muss da kurz was ähm Aus Gebläh Schnur Es soll ja dann für die 1.8 Nebenbei bemerkt grad Auch sowas geben Wie 3D Texture Packs Also das zum Beispiel Leitern Und Bücherregale Und Rails Also was noch ist Weiß ich nicht Dann so 3D sind Also dass man richtig die Stufen Und alles sieht Find ich ziemlich geil Und ich hab grad in der Zeit Wo ich ähm Nicht da war Kurz ne Stack Also ne Hacke Koppel gefarmt So Dann Tun wir jetzt mal eine Hacke Oh Baum 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 Gib mir deine Früchte So Oh Und die 14 Folgen Tecke die ich vorproduziert hab Neigen sich auch dem Ende Weil es ist ja Ja gestern schon die 11. Folge Unsere erste schöne Schnapszahl Raus gekommen Also hab jetzt noch 3 Folgen Und die Hacke ist kaputt Im Vorstand Vorstand Und jo Dann Gehts wieder weiter Aber ich denke ich werd vorher noch ein bisschen was aufnehmen auch Ich sag mal vielleicht Immer so Eine Folge denke ich mal Oder ich warte halt bis ich alles aus hab Alles auswitzend Bis ich halt alles verbraucht hab Und dann nehm ich jetzt nochmal auf Könnte ich so Oder so machen Sei ich äh vom Grund her egal So Gib mir da so Ding So Da kann man theoretisch auch schon hinstellen Wenn da ja schon der Weg ist Herr Also Das noch kein so Doch Doch Ach das haben wir auch schon Ah gut Ok Ist alles in Ordnung zu und diese Hauptsamm Marc Schulz 1 müssen die als alles Dings Mainz Stiegels zu gut 30 L Lille Lillen Lillen damit die Hinten die Hinten Lillen du bist uns an bla bla L Böse wir müssen Kürtel jetzt geht dieses Scheiß Ding an das gibt es Stauze da oben bleiben kommen Wiener Prozent da hat uns über die Böden über die Böden über die Böden über die Böden die K das muss genau jetzt losgehen es gibt es es gibt sind keinem in die tödel heutzutage oh mann ey, oh mann ey, oh schluss ne, Leute, das nervt also das ist so ein komischer kleiner Wecker der kaputt ist und wieso auch immer um 13.50 Uhr losgeht jeden Tag seht ihr wie scheiße das ist wenn ich dann gerade am spielen bin und dann hat es aufgehört das hat er noch nie gemacht vielleicht, ich hatte es gestern geholfen, dass ich mir einfach gegen die Wand geworfen habe, geil, aber gestern war das so, ich habe irgendwas aufgenommen also ne, ich habe es nicht, ich habe es aufgenommen, konnte es aber nicht verwenden, weil erstens war das Mikro aus, ne, meine Stimme war zu leise, also wieder Einstellungen, irgendwas rumgespackt und, na komm, ähm, dann war es so, dass man einfach nur noch dieses Ding gehört hat und das war halt scheiße so, ich würde dann mal sagen, als nächste Insel bauen wir hier eine warme Insel also, also ich werde das vom Grundaufbau genauso machen wie in meiner alten Skyblock Welt, die man ja in meinem Kanal Intro sieht ich finde es ja voll geil wie hoch das aufgelöst ist ich habe ich habe eine Art an mehr also ich habe dependent Leute actic range isin So ich muss gerade mal dann was machen oder Jahr später nicht das ist so machen wenn ich muss dann gerade mal so ich spielt flight und ich habe ein schönes kommentar bekommen unter eine fdb folge und zwar dass eine gewissen saskia becker meine musik gefällt und das hat mich auch sehr gefreut also saskia wenn du dieses video siehst an dieser stelle vielen dank nochmals für dein positives kommentar und das reicht auf keinen fall um und diese insel die sieht so viel versprechend aus die fackel steht einfach in der luft und ich weiß genau dass es nicht so ist weil es einfach ein bug ist ich habe meine idee ist einfach mal komplett unter uns so eine riesige koppelfläche also die 50 also quasi 100 mal 100 fläche wie die wir da haben einfach mal unten eine koppelfläche machen die komplett mit wasser bedingten dass wir da kein fall schon kriegen es geht schon wieder los so um erländisch sagt sich mache ich mit meiner Kamera ein Video das wäre ich nicht gut die vielleicht bald Video komm die ich mit meiner Kamera auf die ist mit meiner Kamera filme wie ich einfach mit dem Hammer auf dieses Ding draufkloppe das benutzt für das Kanal und so ich nütze nicht gute Idee das ist gut das ist das ist der Korte ich habe vielleicht was kann man sagen ich hoffe noch hinterher will er kein Bauerbaum also die könnte ich vielleicht bald freuen und wenn es kanal und wo uns auch so gesehen war ein die Leer ist Video von mir wo er vielleicht mein Gesicht sieht Ich weiß nicht, wie ich es anstelle. Ob ihr dann nur meine Hände oder meine Beine und einen toten Wecker seht. Oder irgendwas anderes. Ich sag's euch nicht. Ich hasse gleich aus. Vielleicht werde ich das Video auch gleich schon machen. Und ja, macht es dann immer nur so kurz und dann... Das ist zum Hassen, das Ding, ey. Born to be hated, ey. So. Aber Leute, das war's jetzt erstmal für heute mit Let's Play SkyBlog. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschau!